was geht ab leute ich bin back für euch am start ich kam auf die idee dass wir mal auf meine alten videos reagieren das wird das wird so peinlich sein das wird so peinlich sein ich wusste das nicht aber ich hatte damals schon einen account gehabt und ich habe damals schon relativ viele videos gemacht was heißt viele ich hab halt viel so edits gemacht und habe mich sehr auf sniping also diese call of duty sniping und so ein scheiß konzentriert und habe da meist heißt eigentlich nur edits gemacht aber ich habe da halt auch so paar videos gemacht auch mit facecam und so ein scheiß egal egal wir fangen wir fangen mal mit dem video an das video nennt sich willkommen zum discounter von youtube guck mal wer da ist ich weiß nicht wie alt ist das video schon was 2016 ich glaube das war so unser unser trailer oder so ey leute was geht sepp ist mal wieder hier back für euch am start ich hasse deine intro wir zocken hier deadops 2 das ist jetzt nicht gerade so oh shit oh shit oh shit ach das ist so ach dieser cringe slap in dieser cringe ist einfach viel zu knurren ist einfach scheiße was ganz cool ganz cool das ist der ganze straße Alter lisa bitch slap können wir da nochmal einmal wiederholen bitte noch einmal bitte noch einmal bitte und das war die stelle die jetzt kommt bei einer der geilsten stellen überhaupt unerwartet aber einfach nur geil da kann man schon sehen dass man einfach brüder sind dass wir einfach brüder sind ja unglaublich ich weiß gar nicht wo dieser spast ist ne hockt da in hamburg rum alter wedelt sein da gucken oder da gucken meine schokoladen seite ist hier und ich klatsche mich selbst oh mein gott das war das erste mal dass ich überhaupt ein horror game gezockt habe und das war auch das erste mal dass er ein horror game gezockt hat unsere facecam ist richtig scheiße weil wir einfach kein licht benutzt haben damit einfach das feeling einfach direkt so das erste mal horror game zocken und das erste mal muss halt so richtig so das war halt resident evil welches teil 7 ich hab ihn immer so verarscht ich hab ihn immer so verarscht alter das war so geil man er muss einfach mal sein arsch hier wieder bewegen muss ein video mit ihm machen ich habe jetzt kurz gesniffen und mir geht es besser jetzt ich war ich war so ein schisser ich war so ein schisser ich bin immer noch ein schisser aber ich war so ein schisser das hier ihr kennt bestimmt noch das game slither.io geiles game hat mega gebockt nur zu dem vor das war ich nicht sondern das war mein bester freund ne er ist extra aufgestanden er ist aufgestanden macht den hier ja aber und 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 der fragt auch noch hast du aufgenommen hast du aufgenommen war das sound gut ich finde ich finde meine alten videos so geil aber ich meine alten videos auch einfach so so einfach so WTF Oh Oh No way Oh mein Gott Oh mein Gott Abonniert, denn Hier gibt es den größten Scheiß zum kleinsten Preis BITCH Das, meine Freunde, war das erste Mal Dass wir beide zusammen Urlaub gemacht haben Meine Schwägerin, mein Bruder Mein bester Freund und ich Waren in Kroatien Und ich hab einfach Lust gehabt, halt wirklich So viel wie ich konnte, halt zu dokumentieren Und einfach aufzunehmen Leute, das war einer der geilsten Urlaube, den ich jemals in meinem Leben erlebt habe Ich hab einen Film daraus gemacht Der fast 30 Minuten lang geht Nur ich hab da Lieder rein benutzt Wo die Copyright sind Und Die in manchen Ländern gesperrt sind Und das ist das, was mich so richtig abfuckt Weil das Video einfach nur so geil ist Ah, ich werd Irgendeinen Weg finden Wie ich das hochladen kann Weil das Video einfach enorm legendär ist Zwiebeln Fucking Zwiebeln Leute, das sind Zwiebeln Damit ich nicht weinen muss Oh mein Gott, ey So Alter, du hast aber doch ne Brille Ein Mann sollte nicht weinen Aber du hast doch ne Brille Das ist halt das Ding Er trägt ne Brille Wie ich Ja, er trägt ne Brille Aber der nimmt trotzdem Taucherbrille Um diese scheißfickten Zwiebeln zu steilen So, what the fuck, Digga Du hast ne Brille, Alter Du hast Schutz Für deine Augen Du hast ne Brille, Digga Meint nicht Du hast doch ne Brille Ey, das ist so verarsch Ja, Alter Ja Erzähl, Leute Leute, hier ist Ding Eine Mücke, die wir versuchen zu killen Oh mein Gott Eigentlich Das war halt unser erster Tag dort Und ehrlich gesagt Unsere erste Nacht gewesen Und da war halt ne Mücke Die wir versucht haben zu killen Also ich liege hier gerade im Bett Der war Paul Der soll aber schon die Mücke killen Und ich arbeite am Problem What the fuck Wie gesagt, Leute Wir sind behindert Pst, ich arbeite am Problem Nein, ich bin der Brille Du hast das Brille Wirklich ist das Brille Ja Also man beachte, wie der Jäger sich in seine Brille reinschlägt Mit einer enormen Präzision Brille fixiert Brille fixiert Und dann mit seinem Werkzeug Also in diesem Fall Leider keine Abgewehr Das wurde dann schon abgenommen Ey, Digga Meintest du nicht schön So ein Schweizer Messer Ab die Mücke Halt Halt, Halt, Halt Nach dem ersten Schlag war die Mücke eigentlich tot Aber er hat einfach weitergemacht Und das haben wir halt erst im Nachhinein gesehen, dass die Mücke tot war Aber wir waren so mega unter Adrenalin und Schock, Digga Dass wir einfach nicht wussten, wohin mit unserem Leben Oh, Digga Das ist nicht tot Du hast sofort verfehlt Schön geil Kann nicht sein Kann nicht sein Du hast ihm ins verfehlt, Digga Das ist jetzt so Digga, der sind wir am Arsch Er hat die Lampe kaputt gemacht Er hat die Lampe kaputt gemacht Er, weißt du Erste Nacht, ja Und er macht direkt die Lampe kaputt, Alter Oh, ein Pokémon Ja, das nivelloseste Vlog auf ganz YouTube Oh mein Gott Das Video ist zu geil Ich werde euch aber dieses Video erst im nächsten Video zeigen Also smash diesen Like-Button Wenn euch das Video gefallen hat Smash diesen Like-Button Schreibt mir in den Kommentaren, was für Videos ihr sonst was ihr gerne sehen wollt Vielen Dank nochmal auch fürs Zuschauen Wenn ihr neu seid, schreibt mir in den Kommentaren Wenn ihr neu seid, dann lasst ein Abo da Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute Peace